hallo hier ist der martin von meine manke ist das relaxe analyse für nun wieder freitag freitag den 5 november 2021 damit ende der ersten handelswoche des november und müssen schon sagen auch wenn das bild hier auf etwas anderes anspielt und ihr könnt euch wahrscheinlich auch schon denken aber das auf was das bild anspielen soll ist die erste handelswoche dennoch sehr sehr bullig also das ist ja ganz klar sagen aber zum donnerstag jetzt schon ein wenig verhaltener gewesen unser kumpel na also wir hatten gesagt oben kleines zwischenziel 16 60 haben gesagt 16 1 18 16 23 16 so 40 er auch erreichbare ziele auf der oberseite wir hatten unten gesprochen über 15 69 wir haben gesprochen über 15 9 20 und betrachten wir das mal so hat er echt nicht viel bewegung gebracht zum donnerstag also das ist sehr 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 verhalten ist schon fast auffällig verhalten wenig bewegung zum donnerstag gewesen also das sind mir ganz andere sachen von dem dax zum donnerstag gewohnt das war relativ ruhig und ich denke mit schuld können durchaus diese prägnante rote kerze hier gewesen sein die er einfach auch im im cetra start letztendlich uns wie der einmal ein aufwärtsgebrachten wir sprachen davon gestern erinnert euch wieder mal ein aufwärtsgebrachten über ein altes allzeittuch und plötzlich hat er wieder epileptische anfälle also das wird auf jeden fall interessant zu beachten zu betrachten auch jetzt wenn wir hatten es gestern angesprochen für meinen geschmack muss ich ja ganz ehrlich sagen ist das ja gar nicht also weiß ich nicht ich hätte ja gerne hier noch eine grüne gesehen so haben wir es gestern ja auch gesagt dass er hier noch eine grüne herausstellt dass die locker auch hier bis oben in den bereich gehen kann nur einmal hier noch drüber stellen und dann zurück und jetzt geht das wieder los also da muss man jetzt schon am freitag ein bisschen genauer hingucken wie verhält er sich wie wie bewegt er sich bleibt er oben stabil über 16.000 dann ist es okay dann sei es ihm gestattet darf er sich auch wieder hochdrehen darf sein übliches spielchen bis zum freitag abend dann spielen dass er sich dann einfach noch mal hoch knabbert und so komisch läuft dass am ende gar keiner so richtig mit dabei ist weil alle so gefühlt denken er bewegt sich den ganzen tag nicht und dabei machte immer wieder hoch runter hoch runter und steht am tag ist ende plötzlich dann doch 100 200 punkte höher das kennen wir vom dax definitiv sehr oft zu freitagen aber man muss es auch so sagen wie es ist und das ist jetzt mal hier für diejenigen die ihn fallen sehen wollen das ist schon auch eine vorlage für eine kleine umkehr naja also neues allzeithoch neue rekordkurse das ist doch grund zum feiern das ist doch grund zum kaufen es ist doch alles perfekt die 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 fundamental daten ich hoffe ihr hört die ironie raus könnten doch kaum besser sein also ja ich weiß nicht fakt ist derzeit ein bisschen eingedreht wir müssen aufpassen ja das soll jetzt nicht heißen dass man jetzt zum freitag hier jetzt per se brutal stort drauf klopfen muss würde ich auch nicht machen ich würde es wirklich davon abmachen davon abhängig machen sehen wir nach unten arbeiten und wir sollten natürlich auch einen kleinen fehler ausbruch erstmal einplan denn das wäre jetzt nicht ganz so ungewöhnlich ich zu mal ein bisschen näher ran dann habt ihr das hier ein bisschen breitbild hier unten fällt mir gerade auf ist auch noch ein offenes gap naja gut da kommen wir später mal zu also wichtig ist jetzt erst mal das hier ähm im bereich um 15.700 das wäre für mich weiterhin so rücklauf so überhaupt also auch wenn er jetzt zum freitag vielleicht gar nicht fällt sondern nur seitwärts schiebt und er fällt dann zum montag oder zum dienstag dann anfang nächster woche wird er gut reinpassen ähm wäre das so durchaus so ein zielbereich für mich jetzt hier unterhalb wenn wir den rückläufe kriegen also so durchaus der bereich um 15.780 bis 15.670 mit kann marke eigentlich hier im gäbe müsste auch etwa so ein 60 oder 76 retracement irgendwie hier so klastern und davon mit passt das ganz gut aber dafür brauchen wir unseren dax nun unter der 16.000 die es weiter unterstützung beziehungsweise ist jetzt die unterstützung ähm gehärtet durch den donnerstag und geht er da runter wird es also ja wie soll ich das erklären jetzt wird sehr schwierig das zu greifen weil das könnte nämlich auch dieses angesprochene fehlesignal bringen also grundsätzlich würden wir mit unterbieten dass der donnerstag tageskerze ein kleines umkehrsignal bestätigen denn die rote tageskerze ist drin naja das heißt arbeiten wir jetzt unterhalb des donnerstages weite nach unten ist es negativ würde würde umkehrabsichten signalisieren rückläufe einleiten bis dann durchaus auch 15 850 als zweite größere marke und die erste größere marke liegt halt einfach mal schon hier im bereich zwischen 15 18 15 69 und 15 29 vielleicht mittig einfach dazwischen 15 49 ähm das wäre gute anlauf marke und das wird dann schon natürlich eine erste unterstützung die unseren dax auch gutes stück nach oben schieben kann ne und es wird zu einem möglichen fehlausbruch passen ja also da würde ich auf jeden fall ein bisschen aufpassen ähm am freitag grundsätzlich ja bleibt der unter 16.000 am freitag dann kriegt der rücklauf chancen richtung 15 49 15 8 50 und dann später das schafft er nicht am freitag aber später dann auch mehr ja aber zum freitag wären das erstmal so die bereiche und ich gehe davon aus dass er sich hier im bereich um 15 69 15 49 auch deutlich erst mal wieder stabilisiert solltet ihr einen abwärtsgeb reinkriegen machte das bestimmt zu abwärtsgeb daher weil die chinesen die asiatischen bereich das gefällt mir nicht dort wie die aktien und die etfs äh etfs sag ich schon wie die wie die indizes dort aussehen das gefällt mir nicht die 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 bauen bald neue quartals tiefs naja das ist schon sehr konträr zu dem was wir was wir was wir was wir im amerikanischen sektor sehen was wir auch hier im europäischen sektor sehen es ist sehr konträr wo dort die performance sich bewegt soll aber hier egal sein das soll ja keine fundamentale analyse sein wir gucken auf den chart wir gucken auf den markt wir sehen wir kriegen ein verkaufssignal aus dem tageschart heraus weil mögliche umkehr kerze neues allzeithoch nicht gekauft rote tagskerze gebracht ist erstmal ein grund durchaus unten ein bisschen fantasie falten zu lassen ja arbeitet er dann unterhalb der kerze raus ja wird er das bestätigen das heißt unterhalb von 16.000 kriegen wir abwärts tendenz aber wir haben natürlich dann direkt vor der luke gleich bei 15 69 eine super brachial harte unterstützung bis in den bereichen 15 49 die kann durchaus den schon wieder hochdrehen neue allzeithochs zutage bringen die muss halt einfach erst brechen das ist so das ist so ähm und vorher sollte man auch noch nicht zu negativ werden auch wenn rein technisch betrachtet ein unterbieten von 16.000 jetzt als bestätigung des umkehrsignals zu werden sehen wir das aber nicht oder sehen wir dass unser dax beispielsweise früh hier unten sich rein stößt und dann klickert er sich wieder hoch macht das gap zu bei 16 028 wenn denn eins entstanden ist und geht dann weiter dann muss man ihm oberhalb von 16 60 leine lassen und zwar rein in die 16 1 18 und er schafft auch die 16 230 16 245 wenn der bock zu hat am freitag es ist noch in reichweite wir haben noch einen vollkommen intakten trend wir haben ein erstes umkehrsignal im tageschart stehen das muss sich aber auch noch bestätigen ja ähm aber der trend an sich ist erstmal noch intakt wir haben noch steigende hochs wir haben steigende tiefs wir sind auf super hohem niveau ausgangslage per se ist oben schon es ist für ihn leichter oben raus zu gehen weil er auch genug schieflagen noch vor sich her schiebt ähm das ist einfach so das heißt sehen wir oder machen wir es mal ganz kurz eigentlich möchte ich sagen short wird wahrscheinlich zum freitag scheiße zu handeln sein man kann das probieren unter 16.000 aber ich gehe davon aus man kriegt das dauert keine halbe stunde dann steht ein dead trade im minus würde ich jetzt denken ja ähm deswegen das wird erst wenn er den freitag wirklich runter kommt und er bleibt hier unten unter 9 20 dann wird es auch leichter den am montag unten raus zu handeln ja ich ich weiß gar nicht ob ich persönlich am freitag überhaupt ein short haben würde ähm selbst wenn er unten arbeitet weil ich persönlich schon fast das risiko zu groß einstufen würde dass der sich von hier einfach wieder hochdreht und nochmal einen schönen wochenabschluss richtig bis alle kotzen weil das ding ist ja auch leute die schieflagen haben und bei mir melden sich immer mehr leute die im dax richtig richtig scheiße aufgeladen haben die letzten wochen bei mir melden sich leute die im nastag richtig 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 scheiße aufgeladen haben so ne leute die 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 sind jetzt noch nicht unbedingt bereit alles hinzuwerfen wenn die aber am freitag nochmal so richtig vor dem wochenschluss rausgekitzelt wären bis auf wochen hoch und die gehen dann so ins wochenende dann haben die drei tage im absoluten kotzreiz stadium ihre position vor augen stehen und dann sind die montag beim ersten aufwärtsgep raus und 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 verlassen das schiff mit mit wehenden fahren na und das das hat für den markt natürlich reiz dann generiert er wieder umsetzer dann bekommt er die leute dazu transaktionen zu machen dadurch kann er volumen umschichten und so weiter das ist halt das was der markt am ende anzielt und was er anstrebt und das hätte meiner meinung nach nicht wenn er nach unten kommt dann würden die leute ihre position einfach halten und dann müsste sich am montag noch mal was einfallen lassen wie die leute dazu kriegt dann doch vielleicht ein paar verluste zu realisieren damit eben andere auch gewinne realisieren können ja gehören immer zwei dazu damit die einen gewinnen müssen die anderen verlieren das ist einfach so und wer nichts realisiert der der per se erstmal noch nicht netto was auch tatsächlich dann verloren okay verstanden ich hoffe ja also soll heißen wenn der dax zum freitag in dem bereich auftritt gehe ich davon aus dass wir fast tages schluss auf tages hoch kriegen könnte und das darf auch durchaus oberhalb von 16.100 liegt das muss man im hinterkopf haben ähm auch wenn er unterhalb von 16.000 zuvor vielleicht ein verkaufssignal bestätigt hat ja das ist wirklich ein schmales schwert und das liegt einfach daran dass wir momentan noch einen übergeordneten aufwärtstrend haben dass hier alles noch intakt ist außer die Tageskerze halt ne und ähm deswegen beißt sich das in dem moment wo der markt wirklich anfängt zu drehen und umkehrsignale bringt ist für den einen oder anderen manchmal verwirrend ne weil er sich sagt na was ist denn nun steigt denn nun fällt denn nun was denn hier das ist halt gerade ein punkt wo er wirklich umdrehen kann wo wo er das auch versucht wo man das auch sieht im chart dass die ersten verkäufe oder die ersten früh käufer der letzten wochen ja anfangen gewinne zu reduzieren das sieht man im chart das ergibt dann die pattern das ergibt die fehlende trenddynamik die wir heute auf der oberseite definitiv hatten ne es war keine da hat keine neuen hochs angenommen hat keine neuen hochs gekauft es gab keine party da sind keine seckkorken geknallt der ist nicht durchgeballert es gab keine kaufpanik leute haben hier keinen stress entfaltet noch etwas kaufen zu müssen ne sondern sind eher zurückhaltend gewesen und das zeigt uns schon an dass der markt gegebenenfalls erst auch mal wieder verschnaupfen möchte ja so und das kollidiert einfach jetzt mit der mit der trend situation mit der positiven chartlage und deswegen glaube ich für der freitag bis ist schwierig aber guckt euch guckt euch den guckt euch die 16.000 an und guckt euch die 15 69 an die 15 49 und wie gesagt wenn er sich hoch dreht und dann geht er hier rein und so dann habt das ein bisschen im hinterohr dass er auch durchaus bis tagesende den tagesschluss auf tageshoch setzen kann ne der müsste wirklich in der zone hier sich richtig schwach präsentieren und idealerweise auch drunter gehen dann wird er noch mehr also da würde zum umkehrsignal die bestätigung bringen und auch noch schwäche signalisieren und dann haben wir auch für montag eine relativ gute ausgangslage tiefer zu gehen wobei wir das uns dann noch mal genau angucken weil er bestimmt ich kann es schon vorweg nehmen ähm was ich sagen will aber jetzt hören wir ein video für montag wenn er das wirklich so macht dass es am freitag hier runter geht dann muss er die leute am montag früh raustreiben das heißt er wird am montag früh noch mal hoch rennen und sich dann fallen lassen ja und das könnte aber auslassen wenn er freitag hinkommt dann kommt montag einfach bloß ein kurzes gelb und dann geht es runter und dann geht es bis dienstag erstmal in die konsolidierung aber wir sehen es wird dünn die luft da oben das dem markt nicht gleich gefallen wie der nasstag da fette lange grüne kerzen oben rauszunehmen unser dachs da eher bescheiden und hat schon wieder schwierigkeiten auf den neuen allzeitzug das haben wir am donnerstag klipp und klar sehen können ja und das sollte man für sich auch jetzt hier ein bisschen werten bei aller euphorie die der aufwärts trend momentan mit sich bringt aber das sollte man einfach auch für sich werten und ein bisschen mit betrachten gut freunde dann mache ich hier das video zu wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und wer mich nicht noch mal hört und sieht dann schon mal ein schönes wochenende und dann gibt es am sonntag die analyse für montag bis dahin tschüss